Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice. So, wir wollen uns jetzt unser neues Schwert holen. But the angry dwarfs cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the King. Let me tell you about the sword Tierving. I don't recognise this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial Mount. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. I'll go up here. Because we have no answer for it. But when it comes. It forces itself onto our friends or loved ones. Then comes the reckoning. I can feel the dead in the air. You can feel the dead. Why would Dillian do this? Turn back. Why would he bring her here? It's not safe here. Why would he do something so dangerous? 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 I would never bring you here. Dillian would never do that. Oh god. Ich will da eigentlich auch gar nicht rein. Aber... Können wir die Fackel mitnehmen? Genau. Geh da nicht rein und nehm die Fackel. Oh god. Ich will da nicht rein. Oh god. Soll ich jetzt einfach geradeaus gehen? Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Können wir hier nicht irgendwie Licht anmachen? Okay, hier ist so ein Zeichen. Okay, hier ist so ein Zeichen. Was ist passiert? Kannst du mich hören? Warte einfach da. Ich finde dich. Kannst du dich finden? Ähm. Mein Gott. Können die... Die Mädels, ne? Ey, die können sich echt nicht entscheiden. Das macht mich völlig fertig. Ja gut. Hier kann ich nichts machen. Ich hab die Fackel angemacht und das war's. Ich hab die Fackel angemacht und das war's. Da muss ich wohl oder übel hier rein. Mädels. Bitte. Das ist... Oh, dass es nicht Dillian ist, das weiß ich. Jetzt ist hier lang. Lasst mich in Ruhe. Redet nicht mit mir, bitte. Ich hab kein Schwert. Und das war's? Ich hab schon wieder einen vergessen. Die Geräuschkulisse ist abartig. Sie ist abartig geil, aber... gerade jetzt hier in dieser Situation finde ich sie nur abartig. Wieso wurde da das Licht mit angezündet? Ich geh trotzdem erst hier den entlang. Die entlang. Das war's nicht gewesen. Ich halte sie dir. Wenn sie selbst liegt. Schaufte. Es gibt viele Fenster. Und alle haben eine Geschichte von der Überlegung. Sie kamen nach dieser Hörgren. Sie kamen nach ihrem Vater nach der Müll. Sie ständige das Fenster sind als ob sie sie verhesmerzen. Ich habe gerade was knurren gehört. Ganz ehrlich, ich habe totalen Schiss, dass mich irgendwas anspringt gleich, ne? Jetzt ist da das Licht angegangen, jetzt gehe ich auch hier lang, komischerweise. Ich halte mich die ganze... Warum drehen die jetzt schon wieder am Rad? Ist es falsch, dem Licht zu folgen? Ich will nie mehr. Boah, die machen mich irre. Das ist immer wieder derselbe Weg. Jawohl. Wann sind wir? Sie hat keine Bemerkungen. Wir gehen rund um. Du hast es in Mindest du das klingt wie Dillion? Es ist ein Trick? Du bist... Es geht nicht. Es geht nicht. Wir haben dich gesagt. Wir haben gesagt, es war ein Trick. Oh, Gott. Oh, Leute. Oh, wie du schlau Fuchs, ey. Oh, mein Gott. Dieses Geräusch. Das ist falsch. Wo bin ich hier? Escape? Ja, das sind zum Beispiel... Was? Was sind deine Ängste? Darf ich das bitte erfahren? Zenua, bitte. Oh, okay. Okay. Ich bin weg. Ich habe es entschieden. Ich denke, es wird gut für mich. Es ist die Schmerz. Es spricht durch... No, Gott, es ist mir. Ich denke, ich kann es schlafen. In meine eigene Weise. Ich kann es schlafen. Ich habe die Schmerz in deinen Augen, Kind. Ich habe ein Junge. 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 Er hat gesagt, er könnte mir helfen. Es ist ein Trick. Er hat gesagt, er könnte normal sein. Normal? Ja. Nein. Das ist ein Junge. Es kann, er wird nicht schlafen. Kein Mensch kann. Wenn sie sehen, die Schmerz zu sein, Nein. Es wird sie mir auf deiner Seele geben. Nein. Die Königtunten Sie nur mit meinem Hand zu schrauben. War ich mit meiner Theorie doch falsch? Okay, ich habe echt jetzt gedacht wir müssen jetzt durch das Labyrinth vor dem Pfadder weglaufen. Ich habe schon voll die Panik geschoben hier. Gott Dolle. Ja, da kann ich jetzt erstmal nichts erledigen. Geht's erst hier lang? Ah, das war gerade mächtig unangenehm ey, mächtig unangenehm. Ich habe einmal eine Pläge in den Norden Landen von Eis gesehen. Ich sah einmal eine Pläge in den Norden Landen von Eis. Es war so schrecklich, dass nicht der größte Mann von uns in den Augen erinnert. Hundreds died. Was könnte das denn sein? Ähm, das geht ne? Äh, ich möchte ganz ehrlich sein Leute, ich möchte hier eigentlich nicht so durch ne? Kommen wir bitte ganz schnell wieder hier raus? Wenn sie das sagt. Und die Leichen werden doch lebendig. Und die Leichen? Ja. 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 Ich muss erstmal gucken, wie ich die fixen kann. Leute. Aber die sagen ja jetzt noch nicht Fokus, ne? Muss wahrscheinlich da runter und da dann rum. immer wenn man nicht damit denkt, passiert irgendwas. Oder haben wir wieder ein Telefon? Jetzt habe ich schon drei. Ja. 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 Aber wenn ihr die Todesöl sehen wollt. Ja. Aber wenn ihr die Todesöl sehen wollt, dann beware. Weil es sind. Ja. Okay. Nice. Ja. Oh, jetzt habe ich verstanden. Oh, ich bin gut. Dankeschön, Mädels. Ich weiß. Ich habe sie repariert. Ich bin zu sehr auf Horrorspiele geprägt, ehrlich. Ich denke, die ganze Zeit irgendwas Böses passiert. Ja, hallo? Die sind hier. Böses are we? I'm here. I'm right here. Are you in there? Find him. We have to find him. I have to find him. Ich kann es nicht fokussieren! Oh Leute, lasst mich doch bitte einmal in Ruhe! Oh, ich werde gerade ganz wirsch! Oh, lasst mich doch in Ruhe, bitte! Oh, ich bin wieder da! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne mein Schwert wieder! Ja? 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 Dann nehmen wir halt diese Seite der Brücke! So. Kein Problem. Ach. Hä? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oder? Das ist bestimmt von der anderen Seite wieder verschlossen. Ja, wir sehen den Balken schon. Da haben wir wieder ein Telefon. Die Northmen erzählen diese Geschichte über die Death of Baldr. Es beginnt mit darken Tränen. Night after night, Baldr träumt von seiner eigenen Death. Und die Gottes Angst für seine Leben. So Baldr's Mutter macht alles in der Welt. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldr's mother boasts. Only Loki, the father of Hela, the mistress of death, is not unused. Ja, klar. Selbstverständlich. Der hat sich den natürlich geholt. Die Rune wird aber schwer zu finden sein. Okay, dann muss das hier irgendwo sein. Oder muss ich jetzt wieder zurück und durch die Maske gucken? Das könnte es natürlich sein. Weil mir wird nichts angezeigt. Gar nichts. Ich gucke jetzt mal wieder durch die Maske. Da ist die Brücke runter, genau. Ach, warte mal. Ich muss die Brücke da runter machen. Genau. Das habe ich gerade übersehen. Schade, sonst hätte ich das natürlich eher gemacht. Ich würde mich echt interessieren, ob die das mit diesem Permadeath wirklich durchgezogen haben. Weil ich habe gelesen halt acht Mal, ne? Und ich weiß, ich bin schon zweimal gestorben. Und ich denke, das wird nicht einfacher. Jetzt kann ich hier vorbei. We少en. Ich geh weiß. Ich verstehe. Ja, das ist gefährlich. Dann geh nicht nach dem. Ach, wo bist du? Ich denke, das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher. Dann gehst du dir? Dann gehst du dich. Dann gehst du dich? Dann gehst du dir? Dann kann ich nicht aufkriegen Sie sehen, die Welt der Blöden aus der Blöden Und Senu hat neue Weg in die Unkönnen Die Gods feiern und erheben und erheben und erheben sich mit den Speeren und Stöhnen an Balder, um ihn an ihn mit Schweden und Axt Aber er kommt kein Problem, was sie machen Die Gods niemals zu denken, an diese großartige Marvel Hm, ich kann es erahnen. Na gut, Leute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.